Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich muss ganz ehrlich sagen, ihr kennt das bestimmt selber. Manchmal gibt es so Momente, da denkst du dir einfach nur so Hurensohn, 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 was einfach fickt da Hurensohn und Hurensohn. Und heute hatte ich genau so einen Moment, denn ich hab das Video für heute fertig geschnitten. Es musste nur noch rendern, mein Programm stürzt ab, weil es ein Hurensohn ist und das Programm hat es nicht richtig gespeichert. Weswegen ich nochmal vom Gefühl alles neu machen könnte. Allerdings fehlt mir dazu die Zeit, weswegen ich heute mein so erwartetes Video, wie ich es eigentlich droppen wollte, nicht droppen kann. Was mich gerade richtig tiltet, weil es ein Hurensohn ist. Weil das Programm einfach heute mal wieder ein richtiger Hurensohn zu nehmen war. So, wäre das nicht genug, wäre das nicht genug, dachte sich das Programm noch so, ich kann die Datei nicht lesen. So, sonst hätte ich jetzt noch probiert, das meiste zu cutten, wie es geht. Aber es geht nicht. Und als Ausgleich, muss ich halt einfach sagen, könnte ich gerade richtig fett kotzen. Da ich aber auch, wie gesagt, kein Video bringen möchte, bringe ich mir das hier und zwar einen wunderschönen Schlangen. Es tut mir wirklich sehr leid, für alle, die sich vielleicht schon auf dem Video diesen Sonntag gefreut haben, aber mehr kann ich halt einfach nicht bringen, wenn mir mein Programm einfach ein Hurensohn ist. Wenn es ein Hurensohn ist. So, sorry, falls ich in diesem Video ein bisschen lauter oder ein bisschen aggressiver oder irgendwie so werke, aber es fuckt mich halt einfach nur ab. Falls ihr noch guten, richtig geilen Content über Flongs sehen möchtet, checkt Wumis Video ab. Bitte, ich bin einfach nur noch sauer und fertig. Das Video kommt, sobald es fertig ist. Ich probiere mein Bestes, es so schnell wie möglich rauszubringen. Ciao, bis zum nächsten Mal.